Wir müssen das Azuglaris-Setup'n. Wenn wir das Azuglaris-Setup'n, wenn wir das Gesetup'n kriegen, dann könnten wir... So, pass auf. Wenn wir das Azuglaris-Gesetup'n kriegen, plus daneben ein Kapuriki. Das müsste doch eigentlich funktionieren. So, pass auf, wir gehen jetzt raus zu Lugia. So, Sondersensor. So, dann gehen wir jetzt raus zu Ding. So, jetzt macht er seinen Matschbomben-Kram. Das heißt, wir können jetzt Mogel heben. Dann können wir jetzt abschlagen. Das war so knapp. Ja, Imburi, ich sag's dir. Wie weit bist du gerade mit deinem Endless-Run? Bist du irgendwie bei... Ich weiß gar nicht, 5000? Nee, mehr als 5000, ne? So, jetzt können wir ihn einfach abschlagen. Zack. Abschlagen, 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 abschlagen. Der kann mir jetzt gar nichts. Der kann mir gar nichts. Das ist das Gute. So. Bislang, ja, weiß ich selber nicht mehr. Okay. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So, jetzt geben wir Knuddler und Sondersensor. Knuddler und Sondersensor. Zack. Okay, dann... Die beiden brauchen wir am Anfang noch. Warte, haben wir noch AP? Ja, haben wir noch... Dann Tiefschlag? Es stirbt zu schnell. Es stirbt zu schnell. Gehen wir gleich... Ah, wir gehen mal rein. Gehen mal rein. Und versuchen uns mal zu setuppen. Eins. Zwei. Komm, wir sind gierig. Wir sind gierig. Wir sind gierig. Wir sind gierig. Wir sind... Jetzt sind wir gierig. Drei. Reueschwert für den Heal. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir dreimal SD drin. Psychoklinge? Wir brauchen den Volltreffer. Wir brauchen den Volltreffer. Wir brauchen den Volltreffer. Ja, ja. Ich habe es. Ja. Nicht zu gierig sein. Doch, doch, doch. Wir müssen gierig sein. Wir haben es. Wir haben es. Wir brauchen den Volltreffer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020